Kronika Delta IJ ist ein kleines griechisches Delta, das entweder 1 oder 0 ist, je nachdem, welchen Wert die beiden Indizes I und J haben. Der maximale Wert, den ein Index annehmen kann, entspricht der betrachteten Dimension. Zum Beispiel im dreidimensionalen Raum nehmen die Indizes I und J die Werte von 1 bis 3 an. Kronika Delta ist gleich 1, wenn I und J gleich sind. Und Kronika Delta ist gleich 0, wenn I und J ungleich sind. Lass uns ein paar Beispiele machen. Delta 1,1 ist gleich 1, da die Indizes I und J gleich sind. Delta 2,3 ist gleich 0, da die Indizes ungleich sind. A mal Delta 3,3 ist gleich A, da die Indizes gleich sind, also ergibt es Kronika Delta 1 und A mal 1 ist A. Und Delta 2,3 mal Delta 2,2 ist gleich 0. Na, was denkst du, warum? Weil das erste Delta 0 ergibt und das zweite Delta 1. 1 mal 0 ist immer noch 0. Damit wir einen Ausdruck wie diesen hier oder einen Ausdruck wie diesen hier kompakt darstellen können, vereinbaren wir folgende Regel. Wir lassen das Summenzeichen weg und denken aber dran, wenn in einem Ausdruck zwei gleiche Indizes auftauchen, wie in diesem Fall J, dann wird über diesen Index summiert. Ein Vorteil der Summenkonvention neben der Kompaktheit ist die formale Kommutativität. Zum Beispiel darfst du die Faktoren auf der linken Seite hin und her vertauschen, wie du willst. Ja, okay, das ist natürlich ein sehr simples Beispiel, wo der Vorteil dieser Notation nicht wirklich zu sehen ist. Glaub mir aber, dass sobald du auf das doppelte Kreuzprodukt stößt, wird die Kommutativität sehr, sehr nützlich sein. Aber Achtung, es gibt jedoch Ausnahmen. Zum Beispiel beim Differenzialoperator Delj. Du darfst nicht Fj vor Delj ziehen, weil Delj auf Fj wirkt. Du darfst nicht einfach etwas vor die Ableitung ziehen, was abgeleitet werden soll. Bei Operatoren in Indexnotation solltest du also aufpassen. Lass uns nun vier nützliche Rechenregeln mit Chronica Delta anschauen, die du immer dann einsetzen kannst, wenn über doppelte Indizes summiert wird. Rechenregel Nummer 1. Indizes IJ dürfen vertauscht werden. Delta IJ ist gleich Delta JI. Diese Regel kann man leicht begründen. Nach der Definition des Chronica Delta, wenn die beiden Indizes I und J gleich sind, ist sowohl Delta IJ als auch Delta JI gleich 1, unabhängig davon, wie die Indizes angeordnet sind. Das gilt auch für den Fall, wenn die Indizes ungleich sind. Dann tragen sowohl Delta IJ als auch Delta JI den Wert 0. Chronica Delta ist also symmetrisch. Rechenregel Nummer 2. Enthält das Produkt zweier oder mehrerer Chronica Deltas, einen Summationsindex J, dann lässt sich das Produkt zusammenfassen, wobei der Index J verschwindet. Delta IJ mal Delta JK ist gleich Delta IK. Statt also zwei Chronica Deltas zu schreiben, die über einen Summationsindex miteinander verbunden sind, kannst du einfach ein Chronica Delta schreiben, Delta IK. Wir sagen, der Index J wird kontrahiert. Lass uns ein paar Beispiele machen, um das besser zu verstehen. Schau dir mal den Ausdruck Delta KM mal Delta MN an. Suche als erstes nach dem Summationsindex. Okay, hier ist der Summationsindex M. Also kannst du diesen Index nach der eben kennengelernten Kontraktionsregel eliminieren und du bekommst Delta KM. Nächstes Beispiel. Delta IJ mal Delta KJ mal Delta IN. Hier hast du zwei Summationsindizes I und J. Im Prinzip kannst du also beide Indizes eliminieren. Lass uns als erstes J eliminieren. Nach der ersten Rechenregel weißt du, dass das Chronica Delta symmetrisch ist. Du darfst also die Indizes K und J in Delta KJ vertauschen. Dann kontrahierst du J und bekommst Delta IK mal Delta IN. Übrigens, du musst nicht unbedingt die Symmetrie-Eigenschaft ausnutzen. Du kannst auch direkt einen Summationsindex kontrahieren, wenn dich das nicht verwirrt. Das machen wir mal bei dem noch übrig gebliebenen Summationsindex I und du bekommst Delta KN. Denk dran, dass es egal ist, ob du zuerst J oder I eliminierst. Die Reihenfolge der Kontraktion ist hier unwichtig. Du hättest genauso zuerst I kontrahieren können und erst dann J. In beiden Fällen bekommst du das gleiche Ergebnis, nämlich Delta KN. Rechenregel Nr. 3 Kommt der Index in AJ auch in Chronica Delta vor, dann verschwindet das Chronica Delta und der Faktor AJ bekommt den anderen Index K. AJ mal Delta JK ist gleich AK. Diese Regel ist im Grunde ein weiterer Fall der Indexkontraktion. Diese Regel sagt dir nur, dass du Summationsindex kontrahieren kannst, die nicht unbedingt von einem Chronica Delta getragen werden müssen. Du kannst also auch Summationsindex kontrahieren, die in beliebigen Ausdrücken vorkommen, wie in diesem Fall im Faktor A. Lass uns am besten noch ein Beispiel machen. Betrachte Gamma JMK mal Delta NK. Der Summationsindex ist K, also kannst du den eliminieren. Das Chronica Delta verschwindet und du bekommst Gamma JMN. Rechenregel Nr. 4 Wenn J die Werte von 1 bis N annehmen kann, dann gilt, Delta JJ ist gleich N. Warum ist das so? Hier tritt der Index J doppelt auf. Das heißt, es wird nach der Summenkonvention über J summiert. Delta 1,1 plus Delta 2,2 plus Delta 3,3 und so weiter bis Delta NN. Da in jedem Chronica Delta die Indizeswerte gleich sind, ergibt jedes Delta eine 1, also 1 plus 1 plus 1 und so weiter, was in der Summe N ergibt. Wenn, wie in unserem dreidimensionalen Fall J, die Werte von 1 bis 3 annimmt, entspricht Delta JJ dem Wert 3. Lass uns jetzt das Skalarprodukt in Indexnotation mit dem Chronica Delta ausdrücken. Diese Darstellung wird dir in Zukunft helfen, komplizierte Vektorgleichungen leichter umzuformen und zu vereinfachen. Betrachte einen dreidimensionalen Vektor V mit den Komponenten x, y und z. Du kannst diesen Vektor in einer Autonormalbasis darstellen. Hierbei sind ix, iy und ez drei Basisvektoren, die orthogonal zueinander sind und normiert sind. In diesem Fall spannen sie ein orthogonales, dreidimensionales Koordinatensystem auf. Das Chronica Delta braucht Vektoren, die in Indexnotation geschrieben sind. Deshalb schreiben wir den Vektor V in Indexnotation auf. Hierbei bezeichnen wir die Vektorkomponenten nicht mit unterschiedlichen Buchstaben x, y und z, sondern wir wählen einen Buchstaben aus, hier eignet sich der Buchstabe V, und nummerieren dann die Vektorkomponenten und die Basisvektoren durch. V1 e1 plus V2 e2 plus V3 e3. Einer der Vorteile dieser Durchnummerierung ist, dass dir auf diese Weise die Buchstaben für die Vektorkomponenten niemals ausgehen werden. Stell dir einfach einen 50-dimensionalen Vektor vor. So viele Buchstaben gibt es nicht mal, um jeder Vektorkomponente einen einzigartigen Buchstaben zuzuweisen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du das Summenzeichen einsetzen kannst, um die Basisdarstellung kompakter darzustellen. Noch kompakter wird es, wenn wir nach der Summenkonvention das dicke Summenzeichen weglassen. Schau mal, wie kompakt der Vektor V in einer Basis dargestellt werden kann, wenn wir die Komponenten durchnummerieren und Summenkonvention benutzen. V ist gleich Vj ej. Hierbei wird, wie du weißt, über Index j summiert. Ob du den Index mit j, i, k oder mit irgendeinem anderen Buchstaben bezeichnest, bleibt natürlich dir überlassen. Da du jetzt weißt, wie ein Vektor in Indexnotation dargestellt wird, können wir auf analoge Weise das Skalarprodukt zweier Vektoren, a und b, in Indexnotationen schreiben. Dazu benutzen wir die eben kennengelernte Indexnotation eines Vektors. Wie du bereits weißt, darfst du die Faktoren wie du möchtest sortieren. In Indexnotationen treten nur Multiplikationen auf, deshalb gilt das Kommutativgesetz. Das nutzen wir mal aus und setzen Klammern um die Basisvektoren herum, um ihre Wichtigkeit bei der Einführung des Chronica Deltas zu betonen. Die Basisvektoren ii und ij sind orthonormal, also paarweise orthogonal und normiert. Erinnere dich mal daran, was die Eigenschaft, orthonormiert zu sein, für zwei Vektoren bedeutet. Ihr Skalarprodukt ergibt 1, wenn i und j gleich sind. In diesem Fall handelt es sich um denselben Vektor. Oder das Skalarprodukt ergibt 0, wenn i und j ungleich sind. In diesem Fall sind es zwei verschiedene Basisvektoren und sie liegen orthogonal zueinander. Kommt dir diese Eigenschaft nicht bekannt vor? Das Skalarprodukt von zwei autonomierten Vektoren verhält sich genau wie die Definition von Chronica Delta. Deshalb darfst du das Skalarprodukt zwischen zwei Basisvektoren mit dem Chronica Delta ersetzen. Wenn du dich an die dritte Kontraktionsregel erinnerst, kannst du hier einen der Summationsindizes i oder j eliminieren. Hm, lass uns zum Beispiel das j eliminieren. Und du bekommst genau die Definition des Skalarprodukts, bei dem die Vektorkomponenten miteinander multipliziert und dann summiert werden. Lass uns noch zur Übung die Doppelsumme im Skalarprodukt ausschreiben, um besser zu verinnerlichen, was hinter diesem Ausdruck steckt. Hier wird über i und j summiert. Anders gesagt, wir müssen alle möglichen Kombinationen der Indizes bilden und die Ausdrücke aufsummieren. Am einfachsten geht es, wenn du als erstes i gleich 1 setzt und den Index j von 1 bis 3 durchgehst. Dann setzt du i gleich 2 und gehst wieder j von 1 bis 3 durch. Und dann machst du das Gleiche nochmal für i gleich 3. Am Ende bekommst du neun Summanden. Aus diesen neun Summanden sind nur 3 ungleich 0, weil hier die Indizes beim Chronica Delta gleich sind. Bei den übrigen 6 Summanden sind die Indizes beim Chronica Delta ungleich. Deshalb fallen diese Summanden weg. Dabei sind Delta 1 1, Delta 2 2 und Delta 3 3 gleich 1. Und das Ergebnis ist genau die Definition des Skalarprodukts. Sehr schön, das Chronica Delta funktioniert. Sehr schön, das Piece sind drin. Jetzt kann das und Labor die die die